Galina Konstantin. Sie ist eine Hightech-Diebin, die uns Informationen über eine ultra-rechte Verschwörung in der Slowakei zuspielt. Sie sorgen nur für ihre Sicherheit. Wir nehmen den 681 nach München. Vielleicht sollten wir eins gleich klarstellen. Ich brauche sie nicht und ich will sie auch nicht. Hier lang. Das nennen sie Babysitter-Spiel? Sie müssen heute noch über die Grenze ziehen. Ich bin in Zug 681 von Bratislava nach München. Wir sind entführt worden. Von Mason Cope. Ich suche hier nur jemanden. Eine Frau mit dem Namen Galina Konstantin. Wenn er mich findet, bin ich tot. Was zum Teufel ist das? Das Zeug heißt SP-43. Es handelt sich um eine mutierte Pockenart. Ich muss sofort den Zug anhalten. Wir müssen sofort die Grenze räumen. Los raus! 0% 0% 0% 0% 0% Amen.